Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, ich freue mich, dass ich Ihnen die Beschlussempfehlung und den Bericht des Petitionsausschusses zum Abschluss von 92 Petitionen vorstellen darf, die wir im Zeitraum vom 1. Januar bis am 31.03.2019 abschließend beraten haben. Sie wissen, dass die Petenten erst dann eine abschließende Antwort über ihre Petitionen erhalten, wenn wir hier im Landtag darüber beschlossen haben. Von diesen 92 Petitionen, die wir inhaltlich bearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen bei sieben Petitionen keinen Sachbeschluss, weil die Einwirkungsmöglichkeit des Landes oder des Landtages fehlt. Bei 83 Petitionen empfehlen wir Ihnen einen Sachbeschluss und davon sind allerdings nur, das darf man hier vielleicht auch so sagen und betonen, sieben Petitionen im Gänze, im Interesse der Petenten abgeschlossen worden. In 43 weiteren Fällen konnten zumindest Kompromisse erstritten oder beschlossen werden und während des Petitionsverfahrens hat sich aber gezeigt, dass ein Teil dieser Petitionen oder die Beschwerden zum Teil nicht gerechtfertigt waren. Uns war wichtig, dass wir insgesamt acht Petitionen an die Landesregierung überweisen, weil wir hier weiterhin Handlungsbedarf sehen, weil die Petitionen inhaltlich so gestaltet sind, dass darauf in Beschlüssen oder auch in Gesetzgebungsverfahren sie nochmal mit einbezogen werden können. Der Petitionsausschuss hat ja nicht nur die Kontrollfunktion über die Verwaltung und Ministerien, sondern auch eine Vermittlerrolle und insofern sehen wir bei der Bearbeitung der Petitionen natürlich auch immer die Gelegenheit, den Bürgern zu erläutern und transparenter zu machen, warum welche Entscheidung wie gefallen ist. Viele geben sich natürlich dann damit auch nicht zufrieden, aber zumindest ist die Einsicht bei einigen doch dann danach etwas größer, dass sie zumindest die Möglichkeit davon Gebrauch machen konnten, sich zu beschwerden oder eine Petition einzureichen. Ich möchte Ihnen an zwei Beispielen an Petitionen vielleicht erläutern, wie wichtig es ist, dass wir als Petitionsausschuss uns sehr umfassend mit Petitionen beschäftigen und die Anhörung von Ministerien oder auch Verwaltungen ernst nehmen und bitten deshalb gerade hier, das will ich vorweg schicken, die Sozialministerin sich folgenden Fall nochmal anzusehen. Die schwierigsten Fälle, die wir eigentlich zu bearbeiten haben, sind immer die, wo die Kinder im Mittelpunkt stehen und wo wir ihre Not sehen oder wenn Eltern sich trennen und an dem Kind umherzerren. In diesem Fall war es auch so, der Vater wollte zu seiner Tochter unbedingt weiteren Kontakte aufrechterhalten und die Frau, von der er sich getrennt hat, war absolut dagegen und hat alle Möglichkeiten genutzt, um ihm das nicht zu gestatten. Obwohl, hier darf ich hier betonen, ein Gerichtsurteil vorlag, dass das Umgangsrecht schon positiv gestaltet hat, also entschieden hat, dass das Umgangsrecht dem Vater auch zusteht. Und dennoch ist es der Mutter immer wieder gelungen, es nicht zuzulassen. Und unsere Kritik richtet sich einfach dann in der Anhörung an das Jugendamt. Das Jugendamt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe, so sehen wir es, hat nicht genügend getan, von der Rolle und Verantwortung des Jugendamtes zur Vermittlung und Begleitung der Eltern, dass dieser Umgang doch zumindest zustande kam. Wir erwarten nicht, dass das Jugendamt dieses Gerichtsurteil umsetzt. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und ich will jetzt nicht so die Vermutungen oder Unterstellungen des Petenten hier hervorheben. Der meint, es kam deshalb nicht zustande, diese Unterstützung der Jugendhilfe, weil die Mutter in der gleichen Verwaltung arbeitet. Nein, das hat sich hier im Petitionsverfahren nicht erhärtet, aber es drängt sich ja immer so dann doch ähnliche Formulierungen oder Eindrücke ein. Also ich denke einfach, dass unsere Bitte an die Sozialministerin, sich dieser Sache nochmal anzunehmen, von äußerter Wichtigkeit ist. Denn wie soll ein Mann oder eine Frau sich in diesem Rechtsstaat fühlen, wenn es Recht bekommt und es nicht umgesetzt werden kann? Und niemand ist da, der die Frau oder den Mann oder wen auch immer unterstützt. Das kann es einfach nicht sein. Eine zweite Petition, die ist wesentlich erfreulicher, gibt es da junge Menschen, die im Freiwilligendienst tätig waren, gibt es ja verschiedene und die kamen an den Petitionsausschuss heran und baten darum, zukünftig ein freiwilliges Ticket für Bus und Bahn zu verabschieden oder zu organisieren oder zuzustimmen, sodass sie kostenlos ihren Freiwilligendienst in der jeweiligen Verwaltung oder im Verein antreten können. Und man kann sich auch vorstellen, dass die jungen Leute einen Freiwilligendienst machen, worauf wir auch sehr stolz sind, dass es junge Leute gibt, die sagen, wir wollen uns orientieren und wir wollen meinetwegen im Verein, im Ehrenamt oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim helfen. Und solche Einrichtungen profitieren davon ja im Wesentlichen und erhalten ja auch oftmals unser System auch am Leben durch ihre freiwillige Arbeit. Und da glaube ich, ist es nicht so viel verlangt, wenn wir uns Gedanken darüber machen und die Landesregierung, wie wir diese Menschen unterstützen, diese jungen Leute. Und das besonders Positive an diesen jungen Leuten war, dass sie ihr Freiwilligendienst fast beendet haben, gar nicht um sich selbst gestritten haben und hier den Antrag gestellt haben, sondern um andere, um Nachfolger, weil sie natürlich sagen, ich fahre jetzt ein, zwei Stunden am Tag oder drei Stunden zu meiner Einrichtung und bin schlechter gestellt als ein Azubi. Und wir wissen, dass die Freiwilligendienste von den Einrichtungen unterschiedlich finanziert werden oder unterstützt werden finanziell. Und deshalb glaube ich, ist es nicht zu viel erwartet, wenn wir uns darüber noch einmal Gedanken machen, ob wir das im vorderen Umfang vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit finanziell unterstützen oder in einer anderen Form. Das wäre also meine große Bitte, dass wir Sie diesen Beschluss und diese Petition noch einmal an die Landesregierung zurück überweisen. Der Ausschuss hat einstimmig diese Beschlussvorlage zugestimmt. Ich bitte ebenfalls um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.